Man muss nicht unbedingt das Abitur und das Studium wählen, wenn man irgendwann mal einen Posten haben möchte, wo man wirklich Verantwortung übernimmt. Das sagt Björn Retzbach, Geschäftsführer des gleichnamigen Gabsner Betriebs für Klima- und Kältetechnik, ganz elementar dabei die Arbeit mit den Auszubildenden. Als erstes hatte ich das Thema, dass ich ja selbst eine Ausbildung im Handwerk gemacht habe und habe da bei meinem damaligen Ausbildungsbetrieb relativ viele Sachen gelernt, wo ich genau wusste, das will ich anders machen. Also es war halt wirklich noch eine klassische Ausbildung im Handwerk. Wenn du dich nicht weggeduckt hast, hast du halt irgendwie einen Schraubenschlüssel in den Nacken gekriegt. Und das wollte ich anders machen und uns war auch von vornherein klar, wenn man Fachkräfte braucht, müssen wir die auch selbst ausbilden. Und das klappt richtig gut. Allein in diesem Jahr sind schon mehr als 60 Bewerbungen reingeflattert, was für ein mittelständisches Unternehmen schon eine ganze Menge ist. Und dementsprechend viele tolle Entwicklungen hat Björn Retzbach in den vergangenen Jahren auch schon miterlebt. Wir haben mehrere, wo dann auch zwischendurch mal in der Ausbildung, als wir 16, 17 waren, gesagt hast, okay, ist er denn richtig in diesem Beruf oder hätte er lieber vielleicht irgendwo doch im Büro sitzen sollen. Und dann macht das beim jungen Menschen auf einmal Klick. Der gibt Gas und ein paar Jahre später sitzt er hier in einer Meisterposition, leitet Gruppen von sechs bis acht Leuten und ist immens wichtig für das Unternehmen RKS. Wir haben mittlerweile zehn Auszubildende danach zu Meisterschulen geschickt, die jetzt hier als Meister im Unternehmen tätig sind oder demnächst tätig sein werden. Was diese Erfolgsgeschichten mit einer selbstgebauten Strandbar auf dem Firmengelände, dem örtlichen Fußballverein und einem eisbärenden Erlebnis zu Hannover zu tun haben, darüber sprechen wir jetzt. Uns hat es heute nach Gabsen verschlagen. Wir sind bei Retzbach Klimaservice, bei RKS. Aber meistens sitzen wir dann doch für die Aufzeichnung in einem Büro- oder Konferenzraum, aber heute nicht. Heute sind wir an der Strandbar mitten auf dem Firmengelände. Also eins fällt direkt auf, hier ist vieles so ein bisschen anders und mir gegenüber sitzt Björn Retzbach. Björn, erzähl doch mal, wieso sitzen wir jetzt gerade hier bei einer Strandbar? Das ist ja schon ungewöhnlich. Ja, das ist ja unser RKS-Speech. Der ist mal vor zwei Jahren entstanden als unsere jungen Kollegen. Das war eine Mischung aus Auszubildenden und jungen Gesellen. Auf die Idee gekommen sind, Mensch, wir brauchen mal so ein bisschen Platz, wo wir halt auch uns ein bisschen entfalten können. Und wir hatten parallel das Thema, dass das Regenrückhaltebecken, was wir hier auf dem Hof haben, erneuert werden musste. Und dadurch, dass sowieso schon dann der ein oder andere Bagger auf dem Hof stand, haben wir über unsere RKS-App damals eine Umfrage gemacht. Was wollt ihr eigentlich alles haben? Und dann ging das los. Wir wollen einen Beachplatz haben, wir wollen eine Bar haben, wir wollen einen Grillplatz haben. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr könnt alles haben, wir unterstützen das, bloß ihr müsst es halt auch ein bisschen selbst machen. Und so haben sich dann Gruppchen zusammengefunden, vom Auszubildenden bis hin zum altgedienten Gesellen, die hier angefangen haben, diesen Platz zu gestalten, ihre Ideen reingebracht haben. Sicherlich haben wir dann gesagt, okay, gut, das Große drum und dran machen wir noch. Also gab es dann eine Firma, die halt das Regenrückhaltebecken fertig gemacht hat oder die Terrasse gebaut hat. Aber solche Sachen wie den Container, das haben wir den Jungs freie Hand gelassen und haben gesagt, ihr dürft euch hier entfalten. Ja und vor allem, ich glaube, das ist auch ein tolles Projekt, um so ein bisschen unter den Azubis und generell im Team zusammenzuschweißen, oder? Also nicht nur, dass man es dann hat, sondern auch, dass man das zusammen plant, anlegt. Ist ja, glaube ich, eine richtig schöne gemeinsame Aktion auch gewesen dann über zwei Jahre, oder? Man musste abends darauf achten, ob man nicht hier noch irgendwo einen der jungen Kollegen irgendwie auf den Hof einschließt, wenn man das Gelände verlassen hat. Oder man hatte Diskussionspunkte mit den Nachbarn, warum um 23 Uhr auf einmal noch einer meinte, er müsste hier bohren oder flexen. Das waren die Jungs, die haben sich hier nach der Arbeit getroffen und dann ging es los. Und die hatten alle so viel Spaß und Freude daran, dass man sie halt einfach machen lassen konnte. Und wir haben das mit recht viel Stolz und Freude begleitet. Also könnt ihr unterm Strich sagen, wird gut angenommen? Es wird sehr gut angenommen. Also gut, heute haben wir es ein bisschen kühler, aber in den normalen Sommermonaten hast du jetzt auch zur Mittagszeit, dass hier die Leute sitzen, sie trinken hier ihren Kaffee, besprechen sich, machen ihre Mittagspause hier. Oder der ein oder andere sitzt hier halt auch mal mit seinem Laptop und arbeitet. Jetzt haben ja mittlerweile auch viele Unternehmen so Benefits. Die meisten dann haben irgendwie einen Obstkorb oder vielleicht mal so eine Fitnesscenter-Partnerschaft. Aber so eine Strandbar, das geht ja wirklich schon weit über den Durchschnitt hinaus. Also merkt ihr denn auch, dass das von den Azubis auch wertgeschätzt wird und dass sie sagen, boah, das finden wir richtig toll und das vielleicht auch ein Argument ist, dann sich für euer Unternehmen zu entscheiden? Ja, wir kriegen es auf jeden Fall mit. Also dass die Auszubildenden, wir hatten jetzt ja gerade zum 1.8. den neuen Start, die finden das schon schön, wenn sie dann hierher kommen und sagen, es ist halt anders als bei vielen anderen Betrieben. Kommt sehr viel positives Feedback zu uns zurück. Wird halt dann auch angenommen, dass sie halt gerne hier sitzen oder sich darüber austauschen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, anders als in vielen anderen Betrieben, also nochmal um das quasi mit einzufangen, ihr seid ja spezialisiert auf Klima, Kälte, Wärme und Lüftungstechnik. Heißt, ihr seid im Handwerk tätig, wo ja auch der Nachwuchs- oder Fachkräftemangel durchaus ein Problem ist. Aber ihr habt dieses Problem ja nicht so ganz. Erzähl doch mal, also ihr kriegt da ja auch wirklich guten Zulauf, was ich gehört habe. Wir können uns davon glückschätzen, dass wir halt so einen guten Zulauf über die ganzen Jahre haben. Also wir bilden jetzt seit 22 Jahren aus, also eigentlich quasi von Beginn an meiner Selbstständigkeit bilden wir hier auch aus in diesem Unternehmen. Und das ist halt auch immer der Weg für uns gewesen, gegen den Fachkräftemangel anzuarbeiten. Weil im Handwerk oder beziehungsweise bei uns im Bereich der Kälte- und Klimatechnik gab es den Fachkräftemangel auch schon vor 20 Jahren. Das ist jetzt nicht irgendwas, was die letzten Jahre passiert ist. Und da haben wir schon gesagt, wir müssen halt von vornherein ausbilden, um immer wieder neue, tolle Leute für das Unternehmen zu finden, die uns hier auch langfristig unterstützen können. Jetzt gerade in den letzten Jahren, also es gab zwischendurch wirklich eine ganz schwierige Strecke, überhaupt Auszubildende zu finden in unseren Bereichen. Weil Handwerk ist halt gefühlt immer noch alles andere als sexy. Und das haben wir, glaube ich, ein bisschen geschafft, gegen den Trend anzuschwimmen. Und haben es in den letzten Jahren geschafft, wirklich immer mehr junge, tolle Leute für den Ausbildungsberuf oder für unsere fünf Ausbildungsberufe, die wir haben, zu begeistern. Jetzt habt ihr aktuell ja vier Standorte mit 120 Mitarbeitenden. Wie viele davon sind Azubis? Aktuell haben wir 23 Auszubildende in fünf Berufsbildern. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gab ja so eine Phase, da haben wirklich alle große Probleme gehabt und ihr auch da neue Leute zu finden. Aber wie habt ihr denn dann diesen Turnaround geschafft? Weil das sind ja wirklich auch schon gute Zahlen, wo man sagen kann, boah, das sind ja echt viele Auszubildende, die hier mit dabei sind. Und auch viele, die dann vielleicht immer wieder hier neu dazukommen. Es war eine jahrelange Arbeit, dass wir halt immer wieder Leute gesucht haben, die wir für unser Unternehmen begeistern können. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert. Also wir sind an die Schulen rangegangen, haben mit denen gesprochen, dass wir hier Ausbildertage machen. Wir sind auf Messen gewesen, sind an Sportvereine rangegangen und haben immer wieder daran gearbeitet, dass wir halt hier in der Region auch wirklich irgendwie bekannt werden als guter Ausbildungsbetrieb. Und das Beste, was wir eigentlich erreicht haben über die Jahre, ist, dass unsere Auszubildenden oder jungen Gesellen eigentlich unsere Markenbotschafter für die neuen Auszubildenden sind. Also die sind im Sportverein, die sind in der Feuerwehr und darüber kriegen wir eigentlich die neuen Leute. Also wir kriegen einen Großteil der Auszubildenden, auch in diesem Jahr wieder, sind hier über Mund-zu-Mund-Propaganda. Die haben von ihrem Cousin, Freund, Trainer aus dem Verein gehört, da kannst du hingehen. Hier funktioniert es ganz gut, hier hast du eine tolle Ausbildung, du wirst gewertschätzt und kannst was lernen. Und wenn sie dann bei euch ankommen, gibt es ja auch nochmal so ein ganz besonderes Mentorenprogramm. Was hat es denn damit auf sich? Jeder neue Auszubildende bekommt vom ersten Tag an einen Paten zugeordnet. Das ist dann entweder ein Auszubildender, der schon im zweiten oder dritten Lehrjahr ist oder einer unserer jungen Gesellen, die sich vom ersten Tag an quasi mit dem Auszubildenden zusammentun und ihn bei allen seinen Belangen und Problemen unterstützen. Man hat ja gerade zu Beginn einer Ausbildung, ich meine man kommt im Normalfall irgendwie aus einer Schule raus, kennt gar nicht das Thema, wie läuft es auf der Baustelle, wie verhalte ich mich den alten Gesellen, wie verhalte ich mich den Kunden gegenüber oder auch dem Chef. Und da haben wir gesagt, okay, da brauchen die halt eigentlich einen Ansprechpartner, der für die Kollegen auch von Anfang an auf Augenhöhe ist. Und das ist halt für die Partner, mit denen er das erste Ausbildungsjahr eigentlich komplett unterwegs ist. Auch wenn wir die regelmäßigen Feedback-Gespräche, die von unserem Ausbildungsleiter mit den Auszubildenden geführt werden, auch da ist der Pate mit dabei, damit der Auszubildende halt sich sicherer fühlen kann, dass er einen Ansprechpartner hat, der ihm das Gefühl gibt, dass er einen guten Partner schon mit im Raum hat. Ja, vor allem, wenn man sich dann natürlich noch im Sommer gemeinsam dann mit seinem Partner an die Bar setzen kann, hier auf dem Unternehmensgelände ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen entspannter. Aber was merkt ihr denn auch, ihr seid ja wirklich dann auch viel im Kontakt mit den Auszubildenden, was ist dir denn heutzutage wichtig? Es ist ja nicht mehr nur der Obstkorb, der da sein muss. Nee, der Obstkorb ist es nicht. Also da hast du viele andere Punkte, die du noch mit reinbringen musst. Also was für einen Auszubildenden wichtig ist, ich glaube, es ist nicht nur für einen Auszubildenden, es ist ja für jeden Menschen wichtig, dass er erstmal eine gewisse Wertschätzung widerfährt, dass er ernst genommen wird, dass man ihm auf Augenheue begegnet. Egal, ob es nun der Altgeselle, der alte Meister, der Chef ist, also wir sind hier alle in einem Boot, wir wollen zusammen was erreichen und das leben wir hier auch ganz gut. Die Auszubildenden werden relativ früh, also vom ersten Tag oder schon wieder im Praktikum, kriegen die Aufgaben. Ich habe ja keinen, der einen Koffer durch die Gegend trägt. Sicherlich muss man das immer mal machen, aber er kriegt schon immer kleine Verantwortungen übertragen, die er dann irgendwo mit erledigen muss. Und somit hat er auch vom ersten Tag halt sein Tun eine Sinnhaftigkeit. Also es ist jetzt nicht derjenige, der bei uns in der Werkstatt steht und mit der Pfeile den großen Metallklumpen bearbeiten muss. Nee, er hat schon immer irgendeine Aufgabe, wo ihm auch von vornherein wichtig oder klar gemacht wird, du musst das jetzt auch vernünftig machen, weil das ist ein kleines Stück vom Ganzen, was wir hier machen. Und so werden die halt immer weiter mit reingenommen und sie wissen halt, dass sie einen wichtigen Job haben. Hast du denn da vielleicht auch eine besonders schöne Anekdote von einem Azubi oder von einer Auszubildenden, die dann vielleicht auch bei euch im Unternehmen richtig Karriere gemacht hat oder einfach besondere Dinge gelernt hat, die sich vielleicht am Anfang schwer getan hat, weil da gibt es ja dann auch immer ganz schöne Geschichten eigentlich. Ja, da habe ich jetzt über die ganzen Jahre, gibt es da wirklich viele Geschichten, die wir haben. Also wenn ich jetzt alleine zurückblicke auf unsere Einführungswoche, die wir mit den neuen Auszubildenden ab 1. August gemacht haben, da sind die Auszubildenden aus dem zweiten Lehrjahr auf unsere Personalerin zugekommen und haben gesagt, ganz ehrlich, warum machen wir das nicht? Lass uns doch mal den Jungs zeigen, wie hier die Ausbildungswoche abläuft. Und die haben die komplette Verantwortung übernommen. Die haben es geplant, die haben bis hin zur Erklärung von Werkzeugen, bis zur Sicherheitsunterweisung, haben die, diese jungen Auszubildenden, die gerade ein Jahr dabei sind, den anderen Auszubildenden, das gezeigt. Einfach mit der Sache, wir haben da Spaß dran und wir wissen ja auch, wie es vor einem Jahr war und deswegen übernehmen wir da die Verantwortung. Ansonsten gibt es noch viele weitere Beispiele. Also wir haben mehrere Meister, die halt wirklich bei uns mit der Ausbildung mal angefangen haben oder auch zwischendurch mal in der Ausbildung, als wir 16, 17 waren, gesagt hast, okay, ist er denn richtig in diesem Beruf oder hätte er lieber vielleicht irgendwo doch im Büro sitzen sollen. Ja und dann macht das beim jungen Menschen auf einmal Klick, der gibt Gas und ein paar Jahre später sitzt er hier in einer Meisterposition, leitet Gruppen von sechs bis acht Leuten und ist immens wichtig für das Unternehmen RKS und davon haben wir viele. Also wir haben mittlerweile zehn Auszubildende danach zu Meisterschulen geschickt, die jetzt hier als Meister im Unternehmen tätig sind oder demnächst tätig sein werden. Und die wiederum dann auch wieder, um dann da den Kreis zu schließen, wahrscheinlich besonders gut dann auch mit den Azubis umgehen können, weil die ja selber wissen, wie das damals bei ihnen war. Genau, das ist auch ein Punkt, wo wir sagen, wir haben halt aufgrund dieser Struktur, dass wir halt die jungen Leute auch immer weiter auch nach der Ausbildung fördern und fordern, was weitere Positionen hier im Unternehmen zu übernehmen, haben wir natürlich auch immer sehr junge Leute, die halt auch für die Auszubildenden ansprechbar sind. Also auch wenn ich es selbst für mich nicht unbedingt wahrhaben möchte, aber mir wird dann auch gesagt, wenn ich über den Hof gehe, dass der sagt, sei ruhig, da kommt der Alte. Da ist mir das erste Mal so aufgefallen, dass es halt schöner ist, wenn ein Auszubildender sich mit einem Meister unterhalten kann, der vielleicht selbst gerade Mitte 20 ist oder mit einer Personalerin, die Anfang 20 ist und sich um die ganzen Sachen kümmert. Das ist immer eine einfachere Hemmschwelle, als wenn ich zu einem hingehen muss, der 30 oder 40 ist. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass viele auch über die Ausbildung, wenn es dann Klick macht, so wirklich da reinwachsen und das passt ja auch so ein bisschen zu dir. Du bist ja auch reingewachsen, das ist ja ursprünglich das Unternehmen von deinem Vater. Erzähl doch mal, wie hat das Ganze damals angefangen? Ja, mein Vater hat das Unternehmen damals 1990 als Niederlassung quasi gegründet hier in Hannover, hat sich dann 1996 mit einem damaligen Kollegen verselbstständigt und ich habe zu der Zeit parallel eine Ausbildung beim Betrieb in Hannover gemacht und wollte dann danach auch irgendwo weg aus dem alten Unternehmen und woanders hin und bin dann bei meinem Vater gelandet. War eigentlich nur als Übergangslösung gedacht, weil ich kurz den Weg als Geselle nutzen wollte, um dann später ins Ausland zu gehen, um da zu arbeiten. Dann gab es ein Telefonat mit meinem Bruder, mit dem ich heute die Firma zusammen mache, wo ich ihm erzählt habe, dass ich das nicht so sehe, dass ich hier lange noch als Junior beim Chef im Unternehmen sein möchte, sondern ich werde mir was anderes suchen. Da kam von meinem Bruder die Antwort, ja, warte mal kurz. Ja, und die Idee war quasi dann am nächsten Tag besprochen, dass wir den Teilhaber von meinem Vater auszahlen und somit ins Unternehmen einsteigen. Somit haben wir damals, war 21, mein Bruder war 25, die Anteile vom Teilhaber meines Vaters gekauft und sind somit in das Unternehmen reingerutscht. Also vom ersten Tag an nicht als Sohn, sondern als gleichwertiger Partner und Teilhaber. Jetzt nochmal kurz den kleinen Schwenker, weil vielleicht auch nicht jeder weiß, was genau ihr macht. Magst du das noch einmal kurz und bündig zusammenfassen? Ja, also wir sind eigentlich ein klassisches Handwerksunternehmen im Bereich der Kälte, Klima- und Lüftungstechnik. Daraus ist dann in den letzten zehn Jahren noch entstanden, dass wir einen Bereich für Wärmepumpentechnik mit aufgebaut haben, Heizung, Sanitärsparte und vor fünf Jahren haben wir noch einen Elektrobereich aufgemacht. Somit decken wir eigentlich sämtliche handwerklichen Tätigkeiten im Bereich der Gebäudetechnik ab. Dadurch, dass wir in der Unternehmensgruppe oder beziehungsweise jetzt bei uns im Unternehmen sind es schon über 30 Meister und Techniker und Ingenieure, die wir hier beschäftigen, übernehmen wir auch immer mehr die Planungsaufgaben. Also komplette TGA-Planung und so können wir mit abdecken, machen wir zum Teil auch für unsere Kunden. Also wir beraten vom Anfang oder von der Idee, ich brauche für mein Bürogebäude eine Klimaanlage, eine Wärmepumpe, irgendwas, bis hin zur Fertigstellung und den weiteren Service und Wartung der Anlagen. Das decken wir alles ab. Und du hast ja gerade erzählt, du bist mit deinem Bruder zusammen jetzt seit ein bisschen mehr als 20 Jahren hier mit an Bord und direkt als ihr hier eingestiegen seid, habt ihr ja eine große Sache geändert und zwar war es euch ja wichtig, dass ihr auch direkt zum Ausbildungsbetrieb werdet. Wieso war das direkt von Anfang an so wichtig für euch? Als erstes hatte ich das Thema, dass ich ja selbst eine Ausbildung im Handwerk gemacht habe und habe da bei meinem damaligen Ausbildungsbetrieb relativ viele Sachen gelernt, wo ich genau wusste, das will ich anders machen. Also es war halt wirklich noch eine klassische Ausbildung im Handwerk. Wenn du dich nicht weggeduckt hast, hast du halt irgendwie einen Schraubenschlüssel in den Nacken gekriegt. Und das wollte ich anders machen und uns war auch von vornherein klar, wenn man Fachkräfte braucht, müssen wir die auch selbst ausbilden. Wir hatten damals schon, also der Mechatroniker für Kältetechnik, das war auch im Jahr 2000 schon ein sehr gesuchter Kollege, den gab es ja nicht, der Ausbildungsberuf ist noch relativ jung. Und da haben wir gesagt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir wachsen wollen mit dem Unternehmen, dann geht es nur über die Schiene, dass wir auch selbst ausbilden. Und somit haben wir vom ersten Jahr, nachdem ich meinen Masterbrief hatte, angefangen auszubilden. Und ich habe gehört, ihr habt allein in diesem Jahr jetzt schon mehr als 60 Bewerbungen bekommen von potenziellen Auszubildenden. Inwiefern freut euch das dann auch, dass da wirklich so ein großer Anlauf ist? Und wie erklärt ihr euch das, dass jetzt wirklich aus allen Ecken mittlerweile Leute kommen und sagen, wir wollen unbedingt ausgerechnet zu euch? Uns freut es tierisch, dass wir 60 Bewerbungen kriegen. Letztes Jahr hatten wir 40, es gab aber auch Jahre, da hatten wir keine drei Bewerbungen auf dem Tisch liegen. Also deswegen ist es schon echt toll, dass wir da mittlerweile es geschafft haben, über unsere Öffentlichkeitsarbeit wirklich so viele Bewerbungen überhaupt zu kriegen. Und dass wir halt auch mittlerweile wieder anfangen können, ein bisschen die Leute rauszusuchen, die halt wirklich auch optimal in unser Unternehmen passen. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage leider vergessen. Genau, wie du dir das erklärst, dass jetzt wirklich aus allen Ecken sich gerade so ein bisschen potenzielle Auszubildende, ich sage mal, fast schon um euch reißen, weil sonst ist es ja oft eher andersrum. Und was ihr vielleicht dann da auch besser macht als andere Unternehmen. Ja, wir unterstützen und fördern die Auszubildenden vom ersten Tag an. Also wie ich ja schon erzählt habe, es ist eine Wertschätzung hier im Unternehmen, die auch für die Auszubildenden da ist. Wir nehmen uns sehr viel Zeit für unsere Auszubildenden. Wir haben verschiedene Programme, die wir den Auszubildenden bieten. Seien es die normalen kleinen Events, die halt wirklich ja mittlerweile hier zum Standard gehören. Das ist ja relativ oft der Grill an. Wir haben den Beach Club, wo die Kollegen sich immer wieder einfinden. Wir haben eine relativ gut ausgestattete Ausbildungswerkstatt momentan. Das sind so Punkte, die jetzt schon eine ganze Menge bringen. Und wir haben dadurch, dass wir den Leuten auch schon von vornherein eine Perspektive im Handwerk aufzeigen können, wissen die meisten Leute auch, wenn sie sich hier anstrengen oder wenn sie hier ihre Ausbildung machen, dass die Möglichkeit besteht, wirklich noch langfristig weiterhin in einem Unternehmen zu bleiben, was im Wachstum ist. Und auch da irgendwann mal eine führende Position zu übernehmen. Also man muss nicht unbedingt da das Abitur und das Studium wählen, wenn man irgendwann mal einen Posten haben möchte, wo man wirklich Verantwortung übernimmt. Also euer Ziel ist auch wirklich ganz klar, dass ihr dann die Leute mit an Bord behaltet? Wir wollen jeden Kollegen, den wir ausbilden, mit an Bord behalten. Und optimalerweise immer weiter fördern, dass er Obermonteur, Bauleitner, Obermonteur oder sonst was für Positionen übernimmt, später zur Meisterschule geht. Und im Optimalfall habe ich von den Auszubildenden, die dieses Jahr angefangen haben, vielleicht 2030 zehn neue Meister hier sitzen. Wer weiß. Was ich noch gesehen hatte, was ich ganz witzig fand, ihr geht ja auch wirklich kreative Wege, um auf euch aufmerksam zu machen. Also ihr seid beim Handball, seid ihr relativ unterwegs gewesen, habt da Werbung gemacht. Und vor allem im Zoo Hannover, im Erlebniszoo, da habt ihr die Patenschaft für einen Eisbären. Sprinter heißt der? Ich weiß nicht, ist er oder nur sie? Sprinter ist ein R. Sprinter übernommen? Erzähl mal, wie kommt es denn dazu, dass ihr da jetzt eine Eisbärenpatenschaft habt? Ja, das hat auch ein bisschen was mit der regionalen Verbindung zu tun. Also wir mögen Hannover und versuchen halt auch, Leute oder einzelne Sachen hier zu unterstützen. Wir sind zwar auch bei Hannover 96 als Fußballverein irgendwie als langjähriger Partner mit dabei, aber unsere Herzenssachen sind halt irgendwie sowas wie ein Handballverein, den wir unterstützen, auch regionale Vereine oder auch den Zoo Hannover. Weil so ein Sprinter muss ja nun auch mal ab und zu ein bisschen gefüttert werden und braucht viel Pflege. Und das kostet alles. Und gerade in den Jahren mit Corona, als es damals losging, dass der Zoo zumachen muss und dass es keine Besucher mehr gibt, da haben wir gesagt, da müssen wir irgendwo mit unterstützen. Also der Zoo ist auch ein jahrelanger Partner von uns. Also wir arbeiten für den Zoo. Ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, dass es sowas in Hannover gibt. Gerade in der Qualität, wie der Zoo Hannover aufgebaut ist. Und da unterstützen wir halt auch gerne, wo und wie es geht. Ja, vor allem als Betrieb, der sich dann ums Klima kümmert, gemeinsam mit den Eisbären. Genau, mit den Eisbären. Vielleicht werden es nochmal die Pinguine, mal schauen, was als nächstes kommt. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Mal schauen, was als nächstes kommt. Und was steht bei euch jetzt noch so an? Also habt ihr irgendwie das neue Azubi-Projekt, was dann hier wieder aufgebaut wird? Oder was erwartet uns da als nächstes? Unser nächstes großes Thema, was wir hier mit der RKS oder beziehungsweise, das ist wirklich auch im Verbund mit unseren anderen Schwesterunternehmen, was wir hier gerade entstehen lassen, ist unser neues Ausbildungszentrum. Mein Bruder und ich haben da jetzt im Sommer eine neue Immobilie für gekauft, die wir jetzt gerade komplett umbauen werden. Das ganze Thema heißt Upgrade und es soll halt auch ein Upgrade für unsere Monteure werden, also für unsere Monteure und Auszubildende. Wir versuchen in diesem Ausbildungszentrum einmal alle Bereiche zusammenzuführen, die wir hier ausbilden. Da ist der Elektrobereich, der Kälte-Klimabereich, Heizung, Sanitär, Lüftung und den Kollegen damit klar machen, wie die einzelnen Gewerke auch zusammenarbeiten. Also es ist für uns wichtig, dass wir es schaffen, die jungen Leute wieder zu einem Handwerker zu machen, der halt wirklich das Große und Ganze sieht. Also nicht nur seinen einzelnen Fachbereich, sondern wirklich das Allgemeine, was dazu gehört. Gerade in dem Bereich Wärmepumpentechnik, was jetzt ja immer weiter auch in unseren Bereich mit reinkommt, ist das immens wichtig, weil wenn man sich jetzt so eine Wärmepumpe vorstellt, die Technik, die in der Wärmepumpe drinsteht, ist ganz klar die Kältetechnik. Was hinten rausfällt, ist die Wärmetechnik, also Heizungstechnik. Wir brauchen noch einen Elektriker, der es anschließt oder optimalerweise auch noch mit der PV-Anlage verbindet. Und um das darzustellen, bauen wir gerade ein Zentrum, wo genau diese Bereiche für alle erkenntlich zusammengeführt werden. Dass die Leute es lernen, mal über ihren Tellerrand hinaus zu gucken und da sich vorzubilden. Und das machen wir, wie schon gesagt, mit unseren Schwesternunternehmen. Aber wir haben auch schon Ingenieurbüros oder die Industrie, wir haben Leute von der öffentlichen Hand, die da mit uns zusammenarbeiten wollen, weil sie das genauso auch für ihre Auszubildenden oder auch für die Gesellen, die sie haben wollen, dass die halt mal sehen, was eigentlich alles zu dem Handwerk dazugehört und was man in dem Handwerk braucht. Und wenn das dann steht, glaube ich, dann wird der Zulauf noch größer. Dann wären es nicht mehr 60, sondern vielleicht 80, 90 Bewerbungen pro Jahr. Ich hoffe. Vielen Dank, Björn Retzbach. Danke für das Gespräch. Und wenn ihr in Zukunft keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann lasst bei diesem Podcast doch gerne ein Abo da. Das geht bei der Plattform eures Vertrauens. Und wir hören uns dann ganz bald wieder.